Hallihallo liebe Leute! Willkommen zurück zu einer neuen Folge HIFO mit dem lieben Manu, Maudado und dem Zambay. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge. Also ich verstehe nix, ne? Ich verstehe diese Sprache nicht. Ja, dann gehen wir jetzt ins Menü. Ja komm, dann gehen wir jetzt einfach in die Option. Eins weiter runter war's. Ich wollte gerade sagen, ich glaub es war eins, oder nicht? Didi kann nicht, was kann ich das lesen? Deutsch! Deutsch kann ich! Deutsch! Drück fortfahren! Das heißt Deutsch für fortfahren. Nur weil ihr kein Chinesisch lesen konntet? Woher willst du wissen, dass es Chinesisch war? Das war Chinesisch. Achso, weil du es kannst. Das ist clever. Und wir können es nicht kontrollieren, weil wir es nicht können. Leute, nicht das Ei umbringen! Ich hab's! Okay, aber vorsichtig. Achso, das darf bestimmt nicht kaputt gehen. Das kriegt das Damage, wenn das was berührt? Ich wollte gerade sagen, das muss ja... Das ist schon einmal zerbrochen. Es muss ja einen Unterschied zur Münze haben. Ich hab's, ich hab's Leute. Warte, ich schwing euch. Du schwingst uns, hallo? Manu! Manu! Muss das sein! Muss das sein! Warte, lustig! Ja, aber manchmal muss ich auch den strengen Elternteil spielen. Der lacht zwar, wenn das Kind fällt, aber... Ey, nee, ich hab's hier gar nicht. Warte. Hallo? Ihr müsst das auch greifen. Und nicht nur eure... Was macht ihr da? Warum lasst bitte los? Leute. Okay, ich hol euch mal schon den. Jetzt lass mich los, Junge. Geh nach oben. Bitte sehr. Warte, ich greif's mit der Hand. Bitte sehr. Hat euch gar nicht... Geht hoch, geht hoch, geht hoch, geht hoch. Ich hab's euch gerettet. Alter, wenn das nicht Teamplay war, dann... Nein, mach auf, Leute! Hä? Wenn das nicht Teamplay war... Äh, wie ist Vaudato da so weggeflogen? Hat den wer weggeworfen? Ich hab losgelassen. Ja, lass mich mal los! Nein! Komm, komm, zieh am Heibel, zieh am Heibel. Ja, will ich ja, aber man... Oh. Ja, ich mach's schon, er kann das nicht. Ja. Okay, ich war schuld. Hier bin ich. Nimm's. Ja, ich hab's komischerweise nicht geschafft. Zufall. Mach doch nicht so rumschlagen, das Ei kann brechen. Ja, ich merk schon. Easy. Hab's einfach dahin geleckt. Perfekt. Tschüss Vaudato! Tschüss Vaudato! So ein Fake-Ei. Wir machen hier ein Vlog. In einem Nest. Oh, im Nest. In einem Nest. Guck mal, ich bin hier in einer Kuhle. Einem Halbkreis. Du siehst da ziemlich cool drin aus. Ich hol dich an Vaudato! Oh ja, bitte! Ja, Moin! Ja, Moin! Ja, Moin! Diggi! Diggi! Nicht zu weit! Ich bin leider tot. Danke. Ich hol dich ab! Hey! Cool! Ich hab das Gefühl, Vaudato stimmt noch an der Seite. Nicht! Ich muss Manu holen! Ich brauch das nicht. Manu bautet auf mich am Flughafen! Ab nach Malle! Malle! Einmal im Jahr! Ich geh doch! Danke! Komm her, Manu! Danke! Hier, geh da rein! Hilfe! Er legt nach unten! Er legt nach unten! Er legt nach unten! Jetzt kommt doch mal hier rein! Nein! Ja! Ich hab nur Klausen! Okay, wir sind endlich alle da! Nein! Manu hat mich gerade rausgekickt! Ach man ey! Wie lange kann man für so ein kurzes Level brauchen? Ja! Ja, frag ich euch! Flampt ihr uns grad? Flampt ihr uns grad? geklappt aber und den umgebracht okay ab nächster folge leute paluten stadt manu ist nicht gerade mit zombie verwechselt mit dem grün ja eben warum hält er sich nicht so clever wir sind so gut mein gott was soll dafür dass du komplett im weißen bereich bist bevor die zeit abläuft nichts darf überstehen ja anscheinend im weißen bereich hallo hallo ich würde gerne spawnen ja weil ich doch mal manu ja und jetzt über 60 sekunden warten wow instant gameplay und dann gehen wir zum nächsten ok und dann ich habe einen krampf nein 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 manu ich habe versucht ich schicke nix hilfe jetzt nicht ja du nein ich habe beides festgehalten die ganze das kann ja nicht sein habe ich aber getan ja wer denn sonst ich würde sagen wir sind einfach alle schuld dann ist maudato schuld das sagt immer jemand nehme ich die schuld auf mich danke sehr erwachsen ich bin so nervös guck mal wie ich zitter ich drücke sogar festhalten aber er hält sich halt nicht fest was ja hat sich auch noch nichts berührt damit warst du in der wacht guck mal wie trau ich wenn er guckt ja den brauche ich nicht wenn ich mich hier schon aufladen vielleicht brauche ich ihn doch damit kann ich mich von unten an die wand schleusen dann kann ich mich nicht mehr runterkicken ich habe mich schon seit 10 minuten auf du bist so tot ne ja es geht unendlich hoch manu ja ZAMMY ich hätte mir hoch ok bei mir hat jetzt sogar die vibration aufgehört beim controller ja der ist schon so stark das geht gleich rückwärts das geht im real life vom controller in deinen sitz hallo was macht ihr da ich mach nur ich weiß es nicht Klaus besucht irgendwie hochzukommen ja ich mach nur sicher ich vertraue euch nicht wie kommt das bloß ich bin erst 14 mal hier umgebracht worden ey ZAMMY hilf mir ja warum lässt mir einer los oh 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 hier sind wir lang nein nein easy ich muss hier raus ich muss hier raus ich muss hier raus so einfach du bist so schlecht Manu 6 minuten so kann man ein paar strecken ob wir das so einer Minute hätten machen können 3 sekunden ok noch einmal und das war die Folge ho 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 ich hab's ein ja geil fangst mit der vollen Wucht ja das macht ja nichts aus einer muss jetzt ZAMMY muss jetzt wieder links hoch warte ich versuche umzukommen ne hier ich hab's gleich ja 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 schön das bringt gar nichts danke das platz in der Ei ey das kenn ich oh ja wow ok Manu geht einfach den Dings holen den Luftballon ne ich hab beides ja nice ja dann geht den Luftballon holen den Reif ja wo denn ja am Ziel wie jede Runde ja wo denn guck doch mal da ist nichts warte warte so ja jetzt haben wir es warte ich kanns auch rüber werfen ja ne so hallo ich hab euch du kannst ja ok so warte und aber pass auf oh mein Gott gut geil ok und oh schön gefriert ja ihr könntet mir den Rettungsfallfall und das Ding kommt immer erst wenn man einmal im Ziel war Manu hast du gar nicht Klaus anmeckern müssen ne warum ich war ihm im Ziel ja aber du hättest ja hängen können holt ihr mir das Zeich ich will nicht mehr leben alter wie stylisch wir waren warum bin ich überhaupt noch gelb ja gute Frage ich komme ich winke in der Luft hallo wer ist gestorben gekommen oh kannst du mal den anderen abholen da gab es einen Unfall ich komme ich komme der Wind ist zu stark wiii superman wuuu jaaa alter abgeholt wie an einem Bahnhof nur ohne Versprechung aber du willst scheinbar keine Hilfe ich brauch dich nicht nein du brauchst mich er kam nochmal zurück habt ihr habt mich still ja ja jetzt hat Manu gemerkt dass er es nicht schafft und dann sagt er ich hab euch alle ja wir sind zu zwei uuuu 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 tschüss 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 da haben wir das Ei ich will uaah ja perfekt guck mal wie gut wir sind komm mit ja komm mit ja wollte sie mitkommen ähhh Achtung Parasit ja oben rum aber was für einer Alter Zombie, dein Arm, pass auf! Wie machst du? Rein da! Easy! Komm zurück! Lass los! Schnell, bevor er scheißt! Bevor er scheißt! Schnellste Runde, schnellste Runde! 39, das geht schneller! Oh, wie cool! Oh, du hast Kacke im Gesicht! Ich geh weg! Und was ist im Spiel? Und Katapult! Alles ist besser, als auf dem Strich zu sein! Ey! Tschüss! Warum bist du jetzt? Nee, bist du nicht? Hä? Komm, ich hab dich! Müssen wir uns rüberwerfen, oder was? Wir müssen halt so schwimmen, ja? Ich hab dich! Ja, ja! Warte, hängt euch ans Ei! Einer muss sich ans Ei hängen! Ja, ja, natürlich! Woran sollen wir sonst gehen, Manu? Manu, lass... Weißt du auch, meine Lippen gehen immer an Jaja! Manu, lass los! Lass los, Manu! Bis! Und... Weg mit dem! Oh! Das war fast sick! Leute, ihr seid solche Opfer! Das war fast sick! Ey! Ey, Manu! Bei dir mach ich nicht mehr mit! Bei dir mach ich nicht mehr mit! Okay, dann werf ich's auch ohne euch! Nein! Ich werf's auch ohne euch! Wow! Oh! Nimm's nochmal und werf's hoch! Jawoll, ich! Okay, Maudato, wir holen den... Ja, Klaus, go! Und... Nein! Die Parasiten wieder! Ach, Mann! Wir haben so... Ich benutze extra schon Zeckenshampoo! Passt du auch? Ich geh nach unten? Nee, das war nicht gut! Wer hat denn da geworfen? Ich? Hä? Hä? Schau, wie stark ich werfe! Ich weiß nicht, was die da machen! Es tut mir leid! Ich weiß nicht, die kletten sich die ganze Zeit an mich! Ja! Musst die mal loswerden! Und... Ja, schau, wie jetzt schon wieder weg ist! Ja, was heißt denn im Weg? Ich nimm's jetzt und steuere's! Ja! Junge! Weg mit dem! Jawoll! Der war nicht ganz gut! Jawoll! Wir haben's! Geht mal weg, ihr Parasiten! Lass mal hier die... Lass mal Mama und Papa! 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 Okay, warte, ich werfe dich mal! Lass mich mal aus! Warum ich? Ich mach gar nichts, Maudado! Leider flug, Manu! Du kriegst mich da nicht weg, Maudado! Ich hab'n so starken rechten Arm! Das ist es! Oh! Komm, Manu! Was? Ihr schafft das nicht! Wir müssen Klaus' Leben zerstören! Er hat uns so oft beleidigt! Das stimmt erstens nicht! Und zweitens schaffst du's nicht! Du bist ein Lappen! Ja doch! Ich bleib einfach an hier dran! Ich bin jetzt wirklich ein Parasit! Tschö! Hallo! Wow! Der finde ich nochmal nach rechts gekickt! Ja! Weg mit dem! Maudado kriegst mich nicht weg! Und Maudado auch nicht! Ich hab' ihn! Du hast'n Scheißdreck! Ja! Ich bin hier sicher! Maudado lass dir zusammenarbeiten im Rand! Pass weg von denen! Okay! Sag' nicht von denen! Ich hab'... Wenn ich raus will ich eh nix mehr zu tun haben! Warum?! Maudado! Ohh! Lass'n'n'n'n'n'n'. Ich will zum Maudado! Komm her, Maudado! Schnell! Ich helfe euch! Ja! Schub dich ihn! Maudado, schub dich! Ich hab' dich so lieb, Maudado! Ich kann nich своих nie wieder loslassen! Ich kann dich nie wieder loslassen! Geh' doch weg! Ich kann dich nie wieder loslassen! Ich hab' dich so lieb! Als ob... Okay, jetzt komm, schwenk dich. Ja, du musst schwenken. Warte, das ist ein bisschen falsch. Manu, ich hab dich ja auch lieb. Ich hab euch alle lieb. Fangen ihn. Oh, der perfekte Wurm. Genommen, Alter. Sehr erwachsen von der Manu. Jetzt brauche ich einen Ring. Ich bin doch da. Nimm meine Hand. Ich musste dich irgendwie herbekommen. Wir lassen beide los. Ja, genau. Und festhalten. Ich hab mich festgehalten. Als wäre ich abgeprallt. Jaja, genau. Nimm ich einfach mit der Hand. Ich mach gar nichts. Du warst gemeint zu mir. Hast du mich losgelassen? Ja, damit du im Ziel wirst. Manu, du kriegst hier keinen runter. Ich halte dich fest. Ich werde dafür sorgen, dass alle lebendig ins Ziel kommen. Iiiiiiii. Manu kriegt keinen runter. Ich glaub du bist tot, Modano. Nein. Zum Glück wirst du nicht fürs Glauben bezahlt, Alter. Tschüss. Hier, haltet euch fest. Manu kann nichts machen. Easy. Perfekt. Du bist so ein Lappen. Du bist so ein Lappen. Du wolltest uns nicht. Du wolltest uns nicht, du wolltest uns nicht. Alter, ein Ei und ein Seil. Ah, schau mal, was hier ist. Ja, ich kann das nicht kommen. Ja, nimm's, nimm das Ei! Warte, ich lass mal kurz fallen, Maudado. So, jetzt. Jetzt können wir dich werfen. Oder so. Nimm deine starke Hand! Er will mich grabben, er will mich begrapschen. Nein, lass uns los! So, und jetzt. Los! Ja, warte, das ist ein bisschen krass. Alter, das ist gut. Jetzt! Warte, werf ich rüber! Ja, mach ich. Ja! Wir drehen uns so richtig krass und jetzt lass ich los. Nice. Alter, wir sind so gut da. Was ist das denn für ne Runde? Wir sind nur noch der eine da. Das sieht man aus geil. Alter, so was krasses werden wir nie wieder hinbekommen. Niemals. Doch, doch. Wir gehen jetzt jede Runde da ra... Ich hab heute nichts gedrückt. Ich auch nicht. Ich wackele nur aus Spaß. Nein! Nein! Ist doch noch da. Du Lacker, dass da ein gelber Block ist. Hallo Leute, ich logge schon wieder aus der Kuhle. Ich bin der Kuhle aus der Kuhle. Ach, Maudado. Was ist da los? Ich schwing dich hin. Ich schwing dich hin. Das Leben ist so hart. Ja, komm. Aber es lohnt sich zu leben, Maudado. Um gemeinsam Eier zu sammeln. Komm mal her. Ich lass dich los. Ich hab Angst vor dir. Ich halte dich an mir fest. Okay. Halt dich an mir fest. Du bist nicht sicher. Du bist nicht safe. Doch, ist er. Du bist nicht frei. Jetzt in mir. Easy. Easy. Ich will fliegen. Party. Party. Und das war es mit HIV für heute. Vielen Dank fürs zugucken Leute. Schaut doch unten in die Beschreibung. Da sind die anderen drei verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.